Die Magna-Manager haben entschieden. Aufgrund der schlechten Auftragslage müssen weitere 500 Mitarbeiter abgebaut werden. Darüber hat das Magna-Management am Mittwoch die Belegschaft informiert. Bekannt war bereits, dass bei Magna seit längerem an Personalabbauplänen gearbeitet wurde. Von 450 Mitarbeitern hatte man sich bereits getrennt. Dazu hat man unter der AMS-Warnschwelle zuletzt eine Reihe von Mitarbeitern gekündigt. Rechnet man alle Kündigungen auf, wird aufgrund der schlechten Auftragslage insgesamt die Mannschaft einer ganzen Schicht abgebaut. Ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Denn damit sind auch weitere Betriebe und Zulieferer betroffen. Die derzeitige Auftragslage lasse Magna aber keine andere Wahl, hieß es. Die wichtigste Priorität, Magna müsse neue Aufträge finden. Zwei Aufträge laufen ja noch, bis Ende 2024 Jaguar und bis 2026 BMW und Toyota. Die Chancen für neue Aufträge sollen nicht schlecht stünden, trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation der Autobranche, soll eine interne Quelle sagen. Jedoch sei keine unmittelbare Umsetzung in der Produktion realistisch.